Das ist Bruder 1, das Hauptquartier der Regime Polizei. Nachdem euer Vater Ende der 60er ihren Kanzler getötet hatte, erweckte General Lothar Brandt die Regime Polizei mit einem Coup zu neuem Leben. Ein gewagter Schachzug gegen die Machthaber in Berlin, der voll und ganz aufging. Jetzt ist Paris in der Hand der Regime Polizei. Hoffentlich nicht mehr lange. Ja, warte mal ab, du. Alter, wir haben es endlich geschafft. Leck mich am Arsch, ey. Hat aber lange genug gedauert, ne? Mhm. Ach, ja geil. Ach, ja geil. Guck mal da vorne. Kommt so ein kleiner. Kann man nicht mit dem Gabelstapler fahren und den wegmachen? Können wir nicht einfach? Wollen wir wieder zurück nach Klein-Berlin? Ich cloake. Stärkeregner, wenn du dich Stärkeregner gegenüber siehst, solltest du besser nicht aus allen Rohren sie zustimmen, benutze eine geeignete Waffe, um ihre Sturzbarriere zu durchbrechen. 50 Silberbord. Okay, die haben immer, äh, die haben Schwachpunkte. Also die Hunde zum Beispiel haben Schwachpunkt auf dem Rücken. Okay. Okay, mein Cloak ist leer. Scheiße, die Drohne hatte ich gesehen fast. Oh boy. Alter, die Drohne. Oh, da kommt der Kommandant raus. Oh boy. Okay, Drohne sieht dich nicht mehr. Der Kommandant ist gleich an der Schranke. Jetzt. Hast du ein Wurfmesser? Na, oder so geht's. Okay. Der Große hat mich fast gesehen. Ich komme mal zu dir rübergerannt. So, ich bin drin. Oh mein Gott, yes. Okay, zieh mal einen Hebel. Jo. Was macht der Hebel? Muss ich auch den Hebel drücken? Nö. Ach, der hat die Tür geöffnet. Welche Tür? Die hier links? Ja, die daneben war. Okay, ist der Cloak wieder bereit? Äh, ja. Obwohl, gegen den könnte man kämpfen. Man müsste versuchen, auf die Arme zu schießen. Aber ist mir zu riskant, deswegen lassen wir das mal. Hier. Das ist auch noch ein Hebel. Wo? Gibt's hier nicht irgendwas drin? Opens von the other side. Ach, komm, leck mich doch, Alter. Weil, die hätten auch von der... Oh Gott, wir hätten so toll einfach machen können. Hier ist ein... Hier ist ein... Hier ist ein CodePad. Warte, du hast du irgendwas zum Code generieren bei dir drin? Ich gucke noch mal selber nach. Scheiß, warum nicht? Ihr betretet gleich das Gefängnis der Regime-Polizei. Da müsste ein Aufzug sein, der euch ins Hauptgebäude bringt. Tacke. RBN. Okay, Arme. Wo bist du? Ah, hier. Gehst du, okay. Doch, ja. Wollte gucken, ob man irgendwie dann Code generieren kann. Nein, gleich. Wir haben zwei. Hast du oben noch was entdeckt? Na, oh. Ja, hast du. Habe einen Toten entdeckt. Der lag hier aber schon. Ist er sicher? Ja, 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 ja. Doch. Na ja, das sagst du nur so. Nee, 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 nee. Natürlich nicht. Oh, geiler Arsch. Hier müsste irgendwo ein Lager für gebordene Waffen und Ausrüstung sein. Versucht es zu finden. Vielleicht ist das Zeug nützlich. Danke, Absatz. Open, wo ist ein Laserkraftwerk? Okay. Das sind alles Sachen, die kriegt man später. Ups. Wie kommen wir denn jetzt weiter hier, wenn wir nur Open mit Laserkraftwerk und so machen können? Bruder 1. Hier warten. Achtung, Achtung. Hä, wir müssen da rein. Auf der anderen Seite ist doch eine... Also jetzt ist aber hier... Jess Lizio? Wo? Achso. An der Tür, ich bin dann mal auf die andere Seite. Da muss man doch irgendwie durchkommen, weil guck mal hier, da, hier ist doch da. Hm. Geh mal kurz raus. So, das ist, wenn du meintest, weiter. Dahinter war doch irgendwas, oder? Ne, gar nicht. Hier kann man ja den Bus. Hä? Oh, hier ist nix. Ne, im Bus ist nix. Hab ich auch schon entdeckt. Oh, hier ist so ein Riesentor. Ne? Oh, hier geht's hoch. Ah. Hier geht's ganz hoch. So, ganz hoch. Und du kannst nur noch weiter hoch. Ja. Aber ich will erst die Kiste. Vielleicht muss man den noch töten. Oh Gott, hier ist ein Sicherheitssoldat. Da sind zwei. Oder? Ja. Ja. Ach komm, deine Mama, ey. Das hast du schon gedacht. Das warst du. Ich? Nein. Ja, du hast das sehr unsafe gemacht. Komm hier rein. Ach so. Ich hab mich schon gewundert, wo man jetzt reingeht. Da hast du eine Kiste. For you to open. Oh, hier ist Panzerung. Nice. Panzerung. Das müssen wir wetten an dem gesamten Balkon außenrum. Ach so, da kommt man raus. Sein Arm brennt. Meine? Gibt dir einfach Granaten hier? Granaten in die Fresse. Okay, seine Beine haben schon Schaden erlitten. Oh, hi. Ich mach dir die Beine kaputt, erlitt, sag ich dir. Hier ist ein Panzer. Wolltest du Panzer fahren? Ich hab sein Bein kaputt gemacht. Oh, hier. Ich hab seinen Arm kaputt gemacht. Ich hab's gekillt? Nee, das war ich. Weil ich hab ihn kaputt gemacht. Wow, 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 wow. Das klappt nicht gut. Nee. Kann man in den Panzer rein? Nee, ich glaub nicht. Nee, tu mal nicht. Metropolitian. Da kann man rein. Wahrscheinlich. Warte mal, hä, wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Da ist Hauptziel oder was? Und da ist, ach, verschlossene Tür. Ah, nee, hier ist ein Teleportpunkt. Ja, ja. Wir hätten auch irgendwie oben hochklettern können anscheinend. Hä, 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 hä. Wow. Wehe, wehe. Fuck you, Alter. Ich bin auf der Treppe. In einem Gebäude drin. Ja, braucht man aber das Elektrokraftwerk, um die zu öffnen. Oh, diese Scheiß-Sanitäter immer, ey. Warum hat der so viel Panzerung, Alter, als Sanitäter? Naja, der muss doch die Leute retten. Da brauchen wir Panzerung. Ach. Oho. Hm. Hä. Oh, da ist noch einer. Ja, aber wie kann man denn jetzt hier, da, da, hier. Weiter. Da oben. Warte, da oben kann man auch noch langlaufen, oder nicht? Ja, mit sicher. Aber da muss man, ach so, kommen wir von da oben raus wieder. Ah, ja. Was denn? Da oben drauf kommst du? Aber nicht, oder? Nee, wenn du weiter oben bist, kommst du, kannst du bestimmt hier rausgehen. Ach so. Oh. Ups. Aber dass man hier so ein Ding nicht findet, zum Generieren eines Codes. Ach, schade. Ich dachte, der hätte mich jetzt aufs Gebäude geschießt. Aber wie geht's denn da unten weiter, ey? Das möchte ich auch gerne wissen. Weil hier ist nichts mehr. Aber ich habe hier nichts gefunden, wo ich irgendwas drücken könnte. Da unten ist ja so. Unavailable. Okay. Unavailable. Ja, ich warte noch mal. Ich sammle nochmal Money alles ein. Ich komme runter. Ja, dann kommt doch wenigstens her, wenn ihr schon schießen wollt, dann können wir rein. Das ist ein Geben und Nehmen. Halt auf der Hut! Wait. What? Warten. Als ob. Ich habe durchgeschossen. Hä? Okay, ich kann nicht durchschießen. Ich weiß warum. Weil ich die Modifikation dafür so gemacht habe, dass ich durchschießen kann. Durch Wände und alles. Mhm. Und das fällt ihm jetzt ein, weißt du? Sorry. Drei Punkte habe ich. Okay. Macht man denn die Munition, dass man irgendwo durchschießen kann? Äh, die Waffe kannst du, äh, das ist ein Waffenmod. Ach so. Okay. Ich meine jetzt Akimbo. Crashabilities. Now. Work on heavily armored. Uh. Deswegen konnte ich nicht rennen, äh, wer hat. Weil ich das noch nicht gelevelt hatte. Wie mache ich den jetzt Akimbo? Boah, ich habe bestimmt noch eine Waffe für. Ja, ist ja gut. Y. Alles klar. Hä? Ja, funktioniert ja gut. Doch, jetzt hatte ich Akimbo. Ach so, die kann man gar nicht Akimbo nehmen, die Waffen. Okay. Ich glaube, ich mache das jetzt mit jeder Waffe. So, wie geht es jetzt hier weiter? Ach so. Habe ich herausgefunden. Wo? Oh nee, doch, hier geht es weiter, nach oben springen. Oh. Und wir suchen erst mal zehn Kilometer, äh, zehn Jahre, Alter. Entschlüsseln. Wir haben eine sehr offensivistische, hm, wurde eins entdeckt. Weit in der Abteilung für stadtliche Überwachung. Ein ohne Frage äußerst wichtiger Posten. Das war ein städlicher Bürger zu überwachen vor. Oh boy. Guck mal, hinter dir. Ihr habt Türen aufgemacht und so. Krass. Wie viel den Schloss hat... Oh. Ups. Ähm. Hätte vielleicht nicht so viel damit rumspielen sollen? Hätte bestimmt, äh, Vorteile gehabt, ja. Hä? Wie öffnet man denn die Tür von der anderen Seite, wenn man sie von der anderen Seite öffnet? Was? Wie kann man denn die Waffe wieder aufladen, Alter? Das habe ich nicht geguckt. Stromgeneration. Oh Gott, 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 oh Gott. Ui, 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 die junge Bremse, dann geschmeidig, ey. Meine Fresse. Oh, du heilige Scheiße, ich gehe wieder zurück. granate als ich die rüstung gegeben aber da hat sie übelste mittelfinger gezeigt da kannst du als geste alles einstellen ich wechsle die position vergebnis sacker hier gerade dachte kann man könnte man mehr aufladen das was zum aufladen gefunden ich bin aber aufgeladen mit der waffe in der hand ich bin da dran gegangen und zack hatte wieder ein bisschen energie ich weiß nicht genau wie das ein bisschen auch mal selber auf okay das funktioniert gar nicht nein da funktioniert aber da funktioniert welche kollekte beziehe oder so münzen waren da überall da wo du die tür aufgeschossen hast eine kiste missions gesperrt ok ich habe wieder noch mehr energie hier ist ein rotes knöppchen darf ich drücken ist tot so verbraucht ich ich hasse laser bäune ist kein problem laser bäune hast dich auch wirklich der junge da ist aber durchgerauscht hier scheiße kann die waffe wow okay das war anexperte auch der war hinter mir auch noch aber du arsch ich hab dir extra da vorher rüstung gegeben weist ja nicht genug alles ganz schön verwinkelt hier ja finde ich auch fischer over die kiste in den zellen hat ab sofort den code 1265 ok wir haben auf jeden fall für irgendwelche kisten schon wieder drei codes sehr gut wir hier in den zellen die könnte eine kiste sein i have no fucking clue ach hier waren wir schon okay na dann ich komme jetzt zu bruder 1 endlich mehr passiert da glaube ich nicht aber es wenigstens spiel weißt du da hast du halt fahrstuhl musik der meisten spiel hast du es nicht und so eine kleine zwischensequenz finde ich immer ganz nett ach quatsch du brauchst du brauchst du bist du bist du bereit und dann bist du nicht ich bin ready ja war nur ein bisschen doof dachte du gehst an den anderen ach so ich war schon vor dem einen warum sollte ich an den anderen gehen ja weiß ich doch nicht granate die bringt absolut gar nichts für den die auch nicht doch ein bisschen das ist ein maschinensoldat das ist ein maschinen das ist ein maschinen mann 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 gibt viel zu viele wege ganz schön aggressiv sind die ach quatsch wir wollen auch nur kuscheln münzen heilung huch hallo noch das schule so ein laser boy da kommt einer was kann doch das ist ja gar nicht das wo bist du denn über da ist gut job hallo ja 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 das ob der rolle Was, die Granate? Ja. Ey, die sind halt, die halten schon. Also, das ist ja jetzt doch entspannt, die hatten ja immer noch voll viel aus. Das ist halt so. Ah, hier ist der Kister. LOL! Da kommt schon, mein Gott ey, was ist denn hier los? Da kommt schon wieder so ne Laserhunde und ach, das ist grad scheiße, ja, hab ich keinen Bock mehr, ja, geh nach Hause. Ist ja ekelhaft. LOL, 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 nicht sterben, bitte. Nee, danke. Kein Bock. Ach ja, genau. Wer hat mir sonst nichts besseres zu tun? Ach, fick dich, du scheiß Köter. Köter ist down, aber ich bin tot. Scheiße, fuck, scheiße, fuck, scheiße, fuck, scheiße, fuck. Ja, ich versuche, ich versuche, ich versuche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, die da unten. Ich halte dich. Bin wieder weg, tschüss. Deiner ist dort. Oh Gott, da sind ja noch mehr, ich bin down. Sofort. Alter, die sind ja überall die Pissen. Wo bist du? Ich bin hier auf der Treppe. Ich bin hier auf der Treppe. LOL. Ich habe wieder da, oder was? Nee, noch nicht. Oh, jetzt ist eine Kiste. Da ist oben einer. Wo bist du jetzt? Kommandant. Oh, war die Küste? Hier. Oh, was? Ein Apfel, eine Birne, ein Hühnchen. Oh, nett. Kann man hier mal essen. So gerade eben während einer Schießerei. Oh, komm, man ist dann. Oh, komm, man ist dann. Oh, das. Oh, hier ist ein Lebenserdeck. Oh, ja. Oh, ja. Suicide Dog. Gott, wo bist du, Alter? Da hinten. Da wo die Kiste noch mal. Oh, fuck. Das war falsch rum. Fuck. Oh, Gott, hab ich das? Ich hab Glück gehabt. Alter. Hier ist der Kiste. Ja, hier ist ein Gegner. Scheiß auf den Gegner. Da ist noch ein Gegner. Nee, das hast du. Aber vielleicht auch nicht. Hä? Alles stressig hier. Oh, das ist Kettenterminal. Münzen. Granate. Nimm ich mit. Ach. Das esse ich mal. Oh, ich glaub das war's. Hier ist noch ne Kiste. I hope. I hope. Das war's. I hope so too. Hey, der Aufzug ist hier drüben. Wir brauchen noch einen Code für das Zahnfeld hier. Ja, leck mich doch am Arsch. What? Wo denn? Ah, da hinten. Wo ist der Elevator? Ach, da vorne. Warte. Ich bin da. Warte, 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 warte. Das glaub ich hier mit... Warte, warte, warte. Fantastisch. Jetzt den Schlüssel.